Ding Dong! Wer ist da? Pizzalieferant! Okay, Moment, ich komm gleich! Wollt man langsam zeigen, wo ist meine... Hey! Wo ist meine Pizza? Es gibt keine Pizza! Hello from the other side! Halt die Fresse! Nicht schießen, ich habe Frauenkinder! Ach echt? Wo sind die denn? Okay, ich habe geblufft! Aber ich bin ein Profisänger! Hello from the other side! Und die Fresse, Addy. Du machst uns hier gerade lächerlich. Äh, tue ich gar nicht! Eine Frage, bist du eigentlich doof? Ein wenig, wieso fragst du? Ach, nur so. Aber das tut weh, wieso tust du das? Ey, was war das? Das war nicht, Addy! Bist du der Weihnachtsmann? Deine Mutter ist der Weihnachtsmann! Dein Vater ist die Frau des Weihnachtsmanns! Das ist für meine Pizza! Und dass du ein Glaskopf bist! Ich hasse Glasköpfe! Und die sind die Schwarzfragen! Und der Weihnachtsmann hat mir ein Glibberzeug zu Weihnachten geschenkt! Ich bin nicht der Weihnachtsmann! Entschuldigung! Ich mag eigentlich Asiaten! Hast du Idiot mir überhaupt zugehört? Zeit für den Breakdance! La la la! Meinst du mich unter den Glaskopf? Dich, du Trottel! Heilige Scheiße! Sehe ich doppelt oder liegen hier noch mehr Leichen? Leichtes? Nein, das war ich, Addy! Oh, Entschuldigung! Was hast du jetzt vor? Hey, du Trottel, wo bleibt die Miete? Bin pleite, kriegst du später! Antonios Pizza ist die Pizza! Ist die Pizza für mich und dich! Antonio, nicht die Tattoo! Alter, was zur Hölle? Was machst du hier? Antonio, Pizza zum Mitnehmen! So, meine Creepy-Fans, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war so eine kurze Parodie zu Venom. Vielleicht mache ich daraus eine ganze Serie. Und das ist so was wie eine kleine Pilot-Episode. Ich hoffe, die gefällt euch. Schreibt mir doch unter die Kommentare, falls ihr wirklich sowas sehen wollt. Parodien so ähnlich wie bei Coldmirror. Nur halt mit eigenem Stuff. Mit eigenem Humor. Also mit meinem.